Schönen guten Tag bei der Firma Harms & Wende. Ich möchte Ihnen heute unser Produkt Ecoflex vorstellen, das adaptive System zum Widerstandsschweißen. Adaptive Schweißen ist praktisch, dass die Steuerung auf die Verhältnisse, auf das Material reagieren kann, dass die Schweißung praktisch Störgrößen ausregeln kann. In unserem System Ecoflex haben wir zwei verschiedene Regelarten hierfür implementiert. Einmal unser bewährtes IQR, was ein ereignisgesteuerter Regler ist, der praktisch direkt ohne eine Referenzwertbildung diese adaptive Aufgabe erfüllen kann. Und zum Zweiten ein referenzgeführtes System, was dann anhand einer eingelernten Referenz praktisch genau auf die Energiebilanz ausregelnd die optimale Schweißung erzeugen kann. Das Neue und Interessante an dieser Sache ist, dass wir praktisch referenzgeführte Regler und ereignisgeführten Regler miteinander vereinen, dass der Kunde eben auch auf seinem bewährten System aufsetzen kann und trotzdem noch eine Erweiterung erfährt mit diesem neuen referenzgeführten Regler. Der Vorteil liegt darin, dass man praktisch auf den vorhandenen Parametern schon aufsetzen kann, dass man aber bei Blechkombinationen, die vielleicht in der Vergangenheit Schwierigkeiten bereitet haben, jetzt noch zusätzliche neue Werkzeuge hat, die die Qualität sicherstellen. Durch das adaptive Schweißsystem reduziert sich die Anzahl der Kundenreklamationen, da die Qualität der Schweißung deutlich verbessert wird. In der Inbetriebnahmephase kann man sehr viel Zeit sparen, dadurch, dass die Regler sich sehr, sehr schnell anpassen lassen und das Ramp-up der neuen Anlage geht dadurch eben deutlich zügiger. Das spart natürlich Geld und auch Personal. Störgrößen beim Widerstandsschweißen spiegeln sich in dem Verlauf des Widerstandes wieder, sodass wir hier zum Beispiel zwei verschiedene Widerstandsverläufe sehen und man sieht, die Steuerung kompensiert die Störgrößen, die von außen auftreten. Diese Störgrößen können beispielsweise der Verschleiß der Elektroden sein, verschmutzte Bleche, zu viel Kleberauftrag oder einige dieser Dinge, die dazu führen, dass manchmal eben eine schlechte Qualität erzeugt wird. Unsere Steuerung, das adaptive System, kann dieses kompensieren. Dieses Ausregeln der Störungen optimiert natürlich die Punktqualität, sodass Sie im Prinzip in Zukunft deutlich stabilere Schweißprozesse haben, die zu einer deutlich höheren Qualität Ihrer Schweißung führen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, würden wir uns freuen, wenn wir eine Testinstallation bei Ihnen durchführen könnten oder vielleicht eine bestehende Anlage updaten, sodass Sie sich von diesen Fähigkeiten unserer Steuerung überzeugen können.